so leute kurz und knackig fürs letzte video wahrscheinlich dieses jahr jedenfalls zocker video vielleicht schaffe ich es mal eine dose weiß ich noch nicht es kommt darauf an ob die banken offen haben am 31 damit ich das ganze kleingeld auch ein bisschen groß wechseln kann so 50 euro versenkt die gingen jetzt mal ein bisschen lockerer rein also viel spaß mit dem video lasst euch nicht anfixen ich wünsche euch ein gutes neues jahr falls wir uns nicht mehr sehen bleibt sauber bleibt spielfrei ich denke ihr habt noch einen ganzen monat wo ihr spielfrei sein könnt im januar gezwungenermaßen nutzt die chance wenn es nicht wirklich sein muss wenn ihr keine geldnöte habt wo ihr wirklich sagt ich brauche geld aber dann wirklich nur einmal hingehen am besten gar nicht weil das problem ist wenn man einmal anfängt geht dann halt wieder hin am besten gar nicht irgendwie anders gucken dass man dran kommt vielleicht einen anderen job oder so naja jedenfalls danke fürs zusehen danke für alle abonnenten ja das jahr war ein bisschen schwächer ist ja klar dadurch dass ich hallen geschlossen waren haben auch wenige leute geguckt und so weiter macht aber nichts ich bin nicht auf die großen klicks und sonst was aus überhaupt nicht mit so einem content kriegt man sowieso nicht groß was hin ja vielleicht schaffe ich es mal euch ein bisschen was zurück zu geben im neuen jahr plane ich jedenfalls weiß noch nicht wie ich es genau mach bleibt gespannt bis dann johnny zockt tschau das war überhaupt mal das letzte schwert neu eingemacht geil ja jawoll wow sehr schön mal gucken was jetzt kommt mal gucken was jetzt kommt mal gucken was man ja so 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 Das kann nicht schmecken. 400 Euro. So, letztes Spiel. Gold war's. Alles nehmen. Und? Ach, komm, wenigstens Gold. Jawoll. Das ist schön. Er geht hier gerade den Jackpot rein, nachdem er den Golden gegeben hat. Auf plus 20 paar Mal. Oh, Frage bitte. Frage, ach, Fragezeichen, komm. Ah, nix. Scheiße. Aber mein 15 hat nochmal Gold. Ne. Ah, 46. Ja. Mal mal hin. Also ich mach das. Ich will mich jetzt mal nicht. So langweilig auf Zins sind. Drei Runden, drei Rosen. Jetzt nehm ich's doch auf. Was hat die denn stoppen? Oh. Oh, cool. Oh, rose brauche ich. Rose, rose, rose. Oh, 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 oh. Krasse Sache. 10 Cent. Also jetzt zahl ich grad Leerspielung einmal. Also dass er einfach keine drei Feuer gemacht hat. Fragezeichen. Ah, egal. Und dann Fahrer. Aber mein Handyzeug hab ich plus 20 gestellt. Da ist er ja wieder auf plus 10. Lief ja ganz gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ein Wappen langweil in die Schwert? Jo. Oh, oh. Ich spiele. Na. Da muss ja nichts kommen. 30 Uhr war da auf 20 Cent oder gezahlt. Aber auf 4 und dann einmal verlängert. Und drin. Nein. Oh, schade. So, ein Sack. Vorletzte Drehung. 44, 50 Euro. So. Ja, gut, ich bin da hinten hingetanzt. 40 Euro hatte ich die ganze Zeit drauf. Kurz vor der Pause jetzt. Tja, was soll man sagen? 20 raus, würde ich sagen. Mindestens. So viel habe ich gerade reingeschmissen. Von daher, ist es okay. Hier. So, fixer. 2020. Na, ich will dann anfangen. Boah, vielleicht spielen wir mit dem Symbol auf Magic mit Resistent. Kam in der letzten Runde zwei Stück. Oh. Gibt's das noch Feuerbücher? Mal. Mal gucken. Ich hab keine Ahnung. 40, 40. Egal. 50 Cent und schon länger. Komm, das kann das scheinens geben. Ist auch. Mal hin. Mal hin. Auch wieder 60 Cent und seit gespielt. Runter gestellt auf 50. Ich weiß nicht, wie viele Drehungen, aber kommen ganz schnell. Rappen. 10 Spiele. Nicht mal beim großen Schwert. Nein, überhaupt Schwerte. Können wir mal verlängern. 2 Wappen fehlen noch. Zum Gold. Jetzt Gold. 8 Spiele. Jetzt 8. 10 Spiele. Schwach, schwach, schwach. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber weiter laufen lassen. Wappen hat immer Kugeln. Bis zum nächsten Mal.